Andere Geschichte war noch, naja, wir wollten uns allgemein, wollten wir uns zurückbesinnen auf das offene Web, beziehungsweise was macht denn dieses offene Web überhaupt aus und so. Und ich hatte vor ein, zwei Sendungen schon gesagt, eigentlich ist Tumblr sehr gut aufgestellt für so ein Mikro-Blog-artiges Ding, weil genau das ist ja ein Tumblr und genau das gleiche ist ja Twitter irgendwie auch, wenn auch komplett anders. Und ich habe mein Tumblr jetzt nochmal angeschaut und ich hatte Tumblr zuletzt angeschaut, um, weiß nicht, so ein Witzblock. iPhone neu war? Nee, so ein Witzblock für ein Basti mal zu schreiben, aber das war auch sonst nichts. Ja, sehr gut. Und ich fand Tumblr immer irgendwie so ein bisschen, ich habe es nicht verstanden, also ich bin auch nicht in diesen Communities irgendwie unterwegs und die Community-Funktionen, die sie dir so anzeigen, finde ich auch irgendwie, wenn du da nicht schon zehn Jahre drauf bist, verstehst du, was da los ist? Also ich nicht, es gibt halt schon sowas wie Topics und Hashtags und irgendwelche Sachen und lustige Gifs und all das ist, es hat schon was von Twitter, aber auch irgendwie überhaupt nicht. Ja, und das ist so, Leute können ja auch unter einem Account mehrere Blogs haben, du kannst ja auch einen Account, viele Blogs drunter haben, also die Aufteilung ist so ein bisschen anders. Und es ist halt so ein, jetzt auch so ein Grab für Twitter-Screenshots und solche Sachen, sie möchten auch unbedingt, dass du dich einloggst und keine Ahnung. Also, aber irgendwas haben sie da und das funktioniert auch, ist auch relativ gratis zu haben, ansonsten hast du halt, wenn du nicht zahlst, hast du Werbung drin, aber du kannst auch, soweit ich das gesehen habe, auf der Gratis-Stufe kannst du deinen Domain eintragen und dann läuft das Ding auf deiner Domain und dann bist du halt für, selbst für den Fall, dass Tumblr irgendwann wirklich kaputt geht und also sie haben wirklich alles versucht über jetzt viele Jahre, dass Tumblr den Bach runter geht und sie haben es nicht totgekriegt. Dann hast du halt dein Zeug auf deiner eigenen Domain laufen und das ist halt schon ein sehr, sehr starker Punkt, den du dort machen kannst. Ich glaube, das macht nicht mal, kannst du einen gratis WordPress.com-Blog auf deinen eigenen Domain schieben oder musst du dafür zahlen? Nee, das glaube ich nicht. Also, wenn du dich bei WordPress anmeldest, dann hast du eine WordPress-Domain. Ja. Also, du kannst es natürlich selbst hosten, das ist natürlich klar. Ja, nee, aber WordPress.com. Nee, nee, da hast du keine eigene Domain. Das ist ein bezahltes Feature auf jeden Fall. So, hier ist gerade wieder möglicherweise ein halbes Tor gefallen. Die eine Live-Activity zeigt ein Tor an, die andere noch nicht. Wollen wir mal sehen, ob das dann wieder zurückgenommen wird oder nicht. Weil auch die Zeit, die mitläuft, ist bei den verschiedenen, die sind 20 Sekunden auseinander. Die Uhr, die in dem Live-Activity mitläuft. Wollen wir mal sehen. Wo waren wir bei Tumblr? Und da habe ich mir die Tumblr-App angeschaut für iOS und die legt einen gewissen Fokus auf andere Dinge, nämlich auch auf diese Trending und auf deine Homepage, die bei mir halt leer ist, weil ich niemandem folge. Dann hast du auch so eine Entdecken-Seite, so eine Lupen-Funktion, wo halt so die aktuellen Trends drin sind. Es gibt auch so eine Seite, gibt es auch auf Instagram, wo einfach so irgendwas drin ist. Und so oft, wie ich da in den letzten Jahren mal reingeschaut habe, ist halt da so Mist. Mehr ist meistens irgendwie Mist, gemischt mit Sachen, die weniger Mist sind, aber ja. Ja, aber was interessant ist, ist halt der Editor, um einen Post zu schreiben. Der sieht nämlich zu 98 Prozent so aus wie ein Twitter-Formular, wo du einen Tweet reinschreibst und ein Foto anhängst. Und dann hast du nämlich mit zwei Klicks, hast du einen Text geschrieben, ein Foto angehängt und hochgeladen und fertig. Und das ist gar nicht so weit weg. Und nachdem Tumblr sehr viel offener ist als Twitter jetzt zum Beispiel, da fällt dir halt auch automatisch ein RSS raus, den du mit UFTTT oder sonst was, sonst wo hinschieben kannst. Die integrieren auch direkt mit Twitter. Du hast da einen Haken, wo du sagen kannst, diesen Tumblr-Post direkt zu Twitter rüber posten. Und der Matt hat vor ein paar Tagen angesagt, dass sie auch ActivityPub einbauen möchten. Und dann wäre halt möglicherweise einer der weiteren Hubs von ActivityPub-Zeug wäre halt auch Tumblr. Und Tumblr ist halt in alle Richtungen offen und da kannst du halt rein und raus tun. Und die haben eine okaye App, um mal eben schnell ein Foto und einen Text zu posten. Hast du dir mal noch so Alternativen sowas wie Micro.blog angeschaut? Nee. Was ja auch einfach so, der ist ja so ein bisschen wie Tumblr, nur noch weniger, ich sag jetzt mal Firma außenrum. Ja. Ja, mit Bezahlen auf jeden Fall, ne? Ja, genau. Also, weil das ja auch nur, ich weiß nicht, macht das immer noch ein Mann irgendwie? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht hat er auch ein Team mittlerweile. Ich glaube zwei. Oder zwei machen es. Also, das ist halt eine andere Größenordnung als ein Tumblr, wo dann so ein Mat- und Automatic-Team hintersteht. Aber es ist halt sehr sympathisch, muss man sagen. Und du weißt halt, dass du, wenn du solchen Leuten dein Content und dann natürlich auch dein Geld anvertraust, dass selbst wenn das irgendwie den Bach runtergeht, weil sie es nicht mehr stemmen können, die bieten dir halt 15 Wege an, das Zeug da wieder rauszubekommen. Oder halt umzuleiten etc. Also, da kannst du dir halt, da kannst du dir ernsthaft, also es gibt wenig im Leben, wo man sich sicher sein kann, aber da würde ich dafür plädieren, die werden das so offen und transparent machen, wie es nun möglich ist. Und Tumblr ist halt unter einer guten Führung jetzt gelandet, muss man ernsthaft sagen, wie Pocket Casts ja auch. Das gehört ja alles zur gleichen Firma und ich finde, die machen sympathische Sachen. Und das kann, gerade wenn du es unter eigenem Domain hast, dann ist es halt was, was, wie Timo sagt, der normale Nutzer bedienen kann. Also, das ist nicht abwertend gemeint, aber es ist halt einfach, wenn das halt so aussieht wie Twitter und sich so bedienen lässt, dann findet das halt Verwendung. Ich habe ernsthaft versucht, Mastodon anzuschauen diese Woche und bin gescheitert. Also, ich habe einfach die, gescheitert, ja, aber ich habe auch die Motivation sofort verloren. Ich, das ist nichts gegen Mastodon, aber ich fand es zu komplex, wenn du mit, also ich weiß schon, dass du alles an Instances nehmen kannst etc. und das alles untereinander kompatibel ist, aber es hat mich halt abgeschreckt, muss man, also ich weiß nicht, ist, glaube ich, auch keine Sichtweise, die, mit der ich irgendwie alleine dastehe. Ich glaube, da geht es vielen so, dass das einfach zu techy ist. Und es war mir zu techy. Ja, ich habe mal, ich weiß nicht, für wen Mastodon gedacht ist. Also, das sieht so, weil es sieht halt so aus wie Twitter, aber es ist es halt nicht irgendwie. Ja, es ist so irgendwie nochmal eine andere Sache und ich bin noch nicht so ganz sicher. Ich habe mir auch mal. Ich weiß auch nicht, ob ich das eine gegen das andere tauschen will, weißt du? Ja. Weil das ist so, vielleicht ist jetzt auch die Chance, einfach runterzuspringen von dem Wagen. Also, das Ding wäre halt, sich selber, also. Freizeit zu haben. Ja, auch, auch möglicherweise, aber auch sowas, man wollte das ja auch auf der eigenen Domain laufen haben. Wenn du dich halt jetzt an eine Domain, an eine Instanz von Mastodon bindest, dann bist du, hatten wir alles schon besprochen. Ja, genau. Ist alles problematisch und wahrscheinlich. Aber du kannst da jederzeit ja raus, so ist es ja nicht. Ja, ja, klar. Die Umzugsfunktion ist eine Funktion des Clients, das heißt, du verlierst auch deine Abonnenten, die einfach einen Monat lang die App nicht offen hatten. Wenn halt die Instanz umkippt und das nicht rechtzeitig deinen Usern sagst, dann ist es weg. Nein, nein, aber die Mastodon, die Instanzen können doch jetzt untereinander, miteinander sich die Sachen, du verlierst halt natürlich deine ganze History. Also du verlierst alle deine Toots. Du verlierst deine Toots und du verlierst möglicherweise, also wenn eine Instanz einfach von heute auf morgen umkippt und weg ist, dann verlierst du halt alles, weil deine User, deine Follower das nie mitbekommen würden, dass du da diesen Umzug gemacht hast. Also wenn die natürlich von heute auf morgen, dann ist es ein bisschen schwierig. Ja, und das kann halt dran liegen, wenn die Idee föderiert wird, weil irgendjemand anders drauf Shit geschrieben hat. Und das kann halt auch passieren, dass, also was man eigentlich machen wollte wahrscheinlich, aus meiner Sicht zumindest, wäre auf jeden Fall eine eigene Instanz betreiben. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Ja. Ja, also auch wenn die jetzt nur mit einem User drauf wäre, dafür ist es auch wiederum nicht gemacht und nicht gedacht. Ja, weil es ist halt so, ich habe jetzt, ich habe, es gibt ja so Listen von so Verzeichnissen, die jetzt alle Mastodon Instanzen auflisten und so. Und dann kannst du sortieren, nach wie viele User sind da drauf, wie viele Posts sind da drauf. Und kannst du da mal durchklicken und das, irgendwie, ich werde nicht so, noch nicht, noch oder noch nicht so richtig warm damit. Aber was ja durchaus interessant ist, ist sich mal ActivityPub anzuschauen, das Protokoll für W3C durchzulesen. Und das ist relativ, also das ist zugleich relativ easy und relativ komplex. Was du halt machst, ist, dass du dort JSON hin und her schiebst in Inboxen und Outboxen. Und das Prinzip ist relativ simpel. Wenn du dann Bibliotheken anschaust, die das implementieren, dann ist das eine relative komplizierte Katastrophe. Weil da doch sehr viele Feinheiten möglich sind, die jetzt vom einfachen Fall in dem Beispiel noch nicht abgedeckt werden. Also, ich bin noch nicht sicher, ob das, also das ist schon ein Weg, aber es ist dadurch so kompliziert, dass halt der Autor muss sich merken, wer seine Follower sind. Das ist also so ein Push-Modell. Das heißt, der Autor schreibt was in seinen Blog rein, in seinen Mikroblog, in sein was auch immer, in seinen Tumblr schreibt was rein. Und dann muss deine Instanz, muss dann eben an alle Abonnenten, die bei dir abgespeichert sind, muss dann in deren Inboxen diesen Post reinpushen. Und das kann halt einer sein, das können sehr viele sein, das kann dann so nach, wenn jetzt du zum Beispiel sehr viele Follower auf Mastodonto Social hast, dann kannst du auch sagen, okay, hier sind 3000 Usernamen, schickst einen Post mit 3000 Usernamen an Mastodonto Social und der verteilt es dann an alle anderen, die dort Inboxen liegen haben. Und dadurch ist halt so ein Push möglich, dass du halt schreibst und sofort werden alle anderen benachrichtigt, weil deren Instanzen sie dann darüber benachrichtigen können. Dadurch wird es aber auch sehr kompliziert. Im Vergleich dazu ist halt RSS so Pull und du als Veröffentlicher von dem RSS musst nichts darüber wissen, wer das vielleicht lesen möchte. Das ist halt sehr viel simpler. Das ist halt dann mehr Zeitverzug, weil du halt die ganze Zeit pullen musst, ob da eine Änderung auf dem RSS ist. Aber es ist dadurch halt auch viel, 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 viel einfacher. Du hast halt auch keine Interaktionsmöglichkeiten beim RSS. Ja. Was vielleicht auch voll schön ist. Ja, also. Das hat vorher einen Nachteil. Und ich meine, RSS ist halt verdammt toll für, also ich habe gerade letzte Woche was über RSS gemacht. Und mir ist so, es ist eine sehr ernsthafte Liebe, die ich zu RSS habe, weil das einfach so ein tolles Benachrichtigungsmedium ist. Und man so viel mit RSS machen kann, weil es halt nicht auf die wenigen Sekunden und Minuten ankommt, die vielleicht das Pullen dann irgendwie länger dauert. Aber es ist halt kein Gesprächsstarter. Also du kannst halt, also du findest halt immer wieder die Möglichkeit, dass du andere Beiträge zitierst und dann kriegst du einen Ping und dann kriegst du was zurück. Aber es ist halt keine Konversation, die da stattfindet. Und Twitter ist halt beides gewesen. Es ist halt eine Sache gewesen, wo du diskutieren kannst. Und gleichzeitig ist es eine Sache gewesen, wo du Sachen veröffentlichen kannst, beziehungsweise wo du Veröffentlichungen folgen kannst. Und diesen Community-Aspekt, den hast du halt über RSS nicht. Und das hat vor und Nachteile. Und den kann man sich halt woanders suchen. Den kann man sich in irgendwelchen Chatgruppen suchen, etc. Und du kannst den Veröffentlichung-Aspekt dir woanders suchen. Twitter hat das so ein bisschen vereint, muss man sagen. Aber ja, also ich glaube, diese Unterscheidung zu treffen für sich selbst, was man denn hauptsächlich machen würde, wenn Twitter jetzt wirklich komplett weg wäre. Und wenn man das nicht mehr sein möchte, etc. Dem muss man sich halt bewusst sein. Waren es eher irgendwie Diskussionen, die einen dort gehalten haben? Oder war es die Möglichkeit, Sachen zu veröffentlichen, beziehungsweise veröffentlichen und entgegenzunehmen? Ja, das ist halt für jeden irgendwie auch was anderes. Und vielleicht ist auch dann der Ersatz möglicherweise was anderes. Ich habe mir nochmal angeschaut, so was möchte ich denn auf meiner Domain spielen? Möchte ich da wieder WordPress installieren? So, ja, weiß nicht. Vielleicht, aber, aber, ja. Oder möchte ich da so eine Static Site Generator irgendwie laufen haben und das auf GitHub-Pages irgendwie hinschmeißen oder so. Das würde alles gehen, aber dann würde halt wieder so ein Activity-Pub-Server irgendwie nicht gehen. Es gibt so ein paar Projekte jetzt von Activity-Pub-Servern, die du halt, wo du deinen Blog rauspushen kannst ins Fediverse oder so. Das ist grundsätzlich interessant, aber das ist noch nicht so weit. Also das fängt jetzt gerade erst an, dass da Leute, also du kannst jetzt schon, du kannst ein Plugin in dein WordPress reinkloppen und das postet dann in Mastodon rein. Das geht schon, ja, solche Sachen gibt es schon, aber das ist noch nicht so richtig super rund. Und wie das dann am Schluss mit Spam aussieht und so, das muss man auch nochmal gucken, wer da wem irgendwas schicken kann. Das ist eben im Protokoll nicht vorgesehen. Also da muss es andere Mechanismen noch zusätzlich geben, dass da Leute nicht bespammt werden, glaube ich zumindest, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber das ist alles noch in großer Bewegung. Jetzt schauen wir mal, wie Tumblr das einbaut. Aber das könnte schon, also ich weiß nicht, was das, was ist denn das Ziel vom Tumblr? Also ist das einfach nur so da zu sein und irgendwie die vorhandene Community weiter zu bedienen und jetzt vielleicht halt neue Leute? Also er hat auch geschrieben damit, dass das Tumblr gerade wegschmilzt, weil so viele Leute reinkommen. Ja, wahrscheinlich ist im Moment ja sowieso, sind sehr große Bewegungen in verschiedene Richtungen oder relativ große, zumindest, sagen wir mal, für die kleineren Anbieter wird der Zuwachs relativ groß sein. Also ich meine auch das, was jetzt da auf Mastodon aufschlägt, ist ja sozusagen auf der einen Seite sehr viele Leute, auf der anderen Seite ist das nichts, wenn du so willst. Also ich meine, wo Dienste mit halt 100, 200 Millionen Nutzern halt normal sind. Ich meine, wir haben ja immer wieder diskutiert, dass natürlich Twitter jetzt auch nicht, ist ja schon selbst nicht irgendwie das riesigste Social Network geradewegs. Aber es versammelt natürlich einfach irgendwie so eine kritische Masse zumindest, wenn du irgendwie da vor allem im Medienbereich bist. Also ich weiß auch nicht, es würde mich auch interessieren, bei Tumblr ist mir auch nicht ganz klar, was da letztlich das große Endziel ist. Und Tumblr hat natürlich, abgesehen auch von dieser sehr bewegten Geschichte und dass es jetzt natürlich da in Anführungszeichen bei WordPress angekommen ist oder unter dem Automatic-Dach, ist natürlich einfach spannend. Und zu beobachten, welche Schritte in welche Richtung sie da jetzt machen werden. Also gerade diese, es ist halt lustig, dass so schnell diese Ankündigung in Richtung Activity Pub jetzt überhaupt kam. Aber ich meine, bei Tumblr weiß man natürlich auch, oder bei Automatic weiß man natürlich auch, dass das jetzt eine Chance ist im Moment, wenn so viel Bewegung ist, eine Chance, die so schnell wahrscheinlich auch nicht wiederkommen wird. Wie viele Lucidioser sind denn da irgendwie? Wie viele, wie viele? Ich weiß, ich habe keine Zahlen im Kopf für Tumblr. Nicht viele, 12 Millionen Blogposts am Tag, 500 Millionen Blogs, die dort drauf sind. Aber das heißt ja nichts. Das heißt gar nichts. Ja, also das ist relativ verhältnismäßig relativ klein. Aber das könnte natürlich, das könnte natürlich wachsen, weil ich nehme an, sie müssten, sie müssten diese Homepage und diese Discovery und völlig umschmeißen. Viel zu viel, also es ist, ich finde auch, dass Tumblr sehr undurchschaubar ist, wenn du nicht irgendwie seit zehn Jahren Tumblr-Nutzer bist, ist es, ist es Overkill auch, auch die Menge an Möglichkeiten und wo da was ist und wie das funktioniert und wie du in Interaktion trittst und auch selbst Zeug da rauspostest. Ich meine natürlich, es hat, bei Tumblr, es erinnert mich so ein bisschen an, ich meine, es ist ja auch entsprechend natürlich, weil es halt auch ein alter, relativ altes Netzwerk ist, aber es erinnert so ein bisschen auch halt auch an Live-Journal und so Ursuppen von Social Networks, wo ein Teil der Elemente da drin bestand, halt auch damit tatsächlich zu experimentieren, weil halt keiner so recht wusste, wie das funktioniert und alle halt sich da ausgetogt haben, wo auch sehr kreative Sachen natürlich entstanden. Ich meine, auch Twitter, Twitter im Jahr 2007 war ja eigentlich ein pures Experiment, also ich meine, das hat ja wirklich mit dem heutigen Twitter einfach nichts gemein gehabt und das sind natürlich, das sind natürlich extrem spannende Sachen und wenn da echt kreative Ausbrüche entstehen, ist das natürlich auch sehr cool. Die Frage ist halt, ob das wirklich dann eine Größenordnung erreichen kann, wo das dann auch besonders spannend ist oder halt auch wirklich einem dann jetzt persönlich, ich meine, man kann ja auch ein kleines Netzwerk, kann einem ja auch sehr viel geben, ist ja nicht so, als muss jetzt alles irgendwie so ein Riesending sein, aber Twitter natürlich eins zu eins nachbauen zu wollen, kann ja auch nicht das Ziel unter dem Strich sein. Nee, es gab ja noch solche anderen Mini-Dinger, sowas wie Soup, ja, Soup war im Grunde fast das gleiche wie Tumblr, aber die hatten halt auch so ein, wenn du diese tägliche Soup von, also alle Posts von allen Soup-Usern so untereinander einfach durchgeklickt hast, war so Endless-Scrolling, konntest du so Space, Space, Space und da hattest du so die 20 besten Gifs des Tages sowieso immer gesehen, das war da dabei. Das kannst du auch auf Reddit sehen, wenn du dort irgendwie die Popular-Posts durchklickst oder solche Sachen, aber die haben jetzt letztes Jahr, glaube ich, aufgegeben, die haben das zugemacht. Weiß nicht, ob sich das nicht gerecht ist, waren es Österreicher? Ich glaube, es waren Österreicher, ja. Ich meine, das Ding lief immer, war immer am Anschlag. Also, das haben sie auch regelmäßig gesagt, haben sie immer wieder Geld eingeworfen, haben sie irgendwo nochmal einen Prozessorkern mehr reingelegt, aber die Kiste war einfach offensichtlich mit allem überfordert. Hm. Du auch. Ja, ich meine, es sprießt... Ja, ich auch, mit meinem Bein. Es sprießt ja jetzt allerhand dann noch aus dem Boden. Ich meine, in den USA wird ja noch Hive rumgereicht und Post wird irgendwie rumgereicht und macht schon seine üblichen Spielchen so hier, wenn du noch drei Leute empfiehlst, kannst du schon schneller bei der Beta teilnehmen. So der übliche Käse halt, der da irgendwie hochgezogen wird. Unterm Strich wahrscheinlich irrelevant. Also, vielleicht braucht man, kann sich da natürlich überall seinen bevorzugten Nutzernamen sichern und abwarten, was da passiert, aber auch Hive. Ich habe mir das mal angeschaut, also es würde mich auch nicht wundern, wenn Apple die einfach wieder aus dem App Store kickt, weil, ich meine, also, holy moly. Also, Inhalte, da ist halt, ist einiges los und ich meine, da hat wahrscheinlich bei Apple noch keiner draufgeschaut, aber die sind ja dann, wenn das eine gewisse Größenordnung erreicht hat, dann schaut da vielleicht trotzdem mal einer raus und ich meine, es ist vielleicht ein...